Dein Leben ist dir zu einfach? Dann guck diese Lifehakes und mach es noch einfacher. Dein Handy-Akku geht dir bei Fahrten immer ganz schnell leer. Dann nimm eine Powerbank, die gibt es bei... im Internet oder bei... Elektro-Geschäft. Mach sie an und schließe sie an dein Handy an. Umso besser sie ist, umso schneller kann sie laden. Du wirst bequemer YouTube schauen. Dann nehmen wir so einen Stecker. Schließe ihn an dein Handy an. Anschluss an dein Handy und Anschluss an USB. Da kannst du entweder einen USB-Stick anschließen. Oder aber auch eine Maus. Also wenn du mit Maus schauen willst, geht das. Du wirst dein Handy-Laute haben? Legst einfach ins Waschbecken rein. Musst halt schauen, dass der Barsane tropft. Die Banane soll so aussehen. Und nicht so. Dann hilft dir diese Lifehakes weiter. Und zwar nimmst du Folie, Folie. Wickelst sie um den Bananenstiel. Und dann passt's. Und ihr wollt die Banane schneller aufkriegen? Dann nehmt, macht es so. Und drückt dann das hier so ein bisschen rein. So, so ein bisschen rein drücken. Ja, so ungefähr. So, und dann seht ihr schon, da geht's auf. Und dann kann man das wie so ein Affe aufziehen. Eins, zwei, drei. Fäden. Also mich nervt sie. Aber schlecht sind sie, ne, diese Fäden. Und... Tsch! 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 So. Jetzt sind wieder zu, aber nein. Wir wollen's doch essen! Ein bisschen weiter noch auf... Ups, abgebrochen. So geht's natürlich auch. So eine Pinzette. Legt immer offen, komisch rum. Gibt's zwar solche Klammern, aber wenn ihr die nicht mehr findet, braucht ihr einfach... Eine Feder. Tut ihr dann vorne, also tut die Pinzette zusammen. Und tut die Feder drüber, ganz einfach. Wenn ihr irgendwie eine Kiste auf so einem Teppich stehen habt. Oder ein Karton. Dann ist der immer so komisch. Jetzt links oben in der Ecke ist der so platt. Und rechts oben in der Ecke ist der wieder hochstehend. Da braucht ihr jetzt so ein Draht von der Büroklammer oder so. Und dann einfach auf diese Stellen. Ist vielleicht ein bisschen mühsam. Aber auf diese Stellen mit der Büroklammer so gegen die Richtung... Ähm... So. Schieben. Ähm... Und dann gehen die wieder hoch. Eigentlich nur nach unten gedrückt. Aber dadurch, dass es halt Metall ist und es fest ist, geht es wieder hoch. Eigentlich ganz einfach. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hast du den richtigen Kanal abonniert. Und jetzt geht raus. Spielen. Denn frische Luft. Tut gut. Schwarzer Bildschirm. Das hat was zu bedeuten. Und zwar. Wenn ihr Live-Fake-Videos sehen wollt mehr, dann zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Und wenn ihr Live-Fakes habt, die ich mal erwähnen soll oder so. Ähm... Dann schreibt mir das in die Kommentare. Und ich schau mal, ob die gehen. Und wenn die gut gehen, dann mach ich das. Tschüss. Tschüss mir und eure... Tschüss mir und eure...